Wir haben die 17. Juni in 2002. Ich mache einen Ausflug. Ich dachte, ich mache den Verlauf. Ich sehe gerade noch den Phönix. Jetzt haben wir den Phönix gehört, aber ich kann ihn nicht aufnehmen. Jetzt sind wir 13.58 km. 52.408 km. Der Treib ist bei 1069.6 km. Das 17.09.2022. Das ist ein ganzes Mal. Das ist ein ganzes Mal. Das ist ein ganzes Mal.